Der Lügner Suttasana Es lebte einmal und lebte nicht ein König. Er lässt in seinem Reich verkünden, wer mir eine solche Lüge erzählt, dass ich sage, sie sei eine Lüge, dem gebe ich die Hälfte meines Königreiches. Es kommt ein Hirte. Er sagt, eure Majestät, mein Vater besaß einen Knüppel. Wenn er ihn zum Himmel reckte, konnte er die Sterne durcheinander mischen. Kann vorkommen, sagt der König. Mein Großvater hatte eine Pfeife. Das eine Ende tat er in seinen Mund und mit dem anderen Ende zündete er sie an der Sonne an. Der Lügner kratzt sich am Kopf und geht. Es kommt ein Schneider. Der sagt, verzeiht mir, König, ich sollte eher kommen, aber ich habe mich verspätet. Gestern regnete es so sehr, Donner krachten, und der Himmel riss dabei auf. Ich war ihn flicken gegangen. Ja, das hast du gut gemacht, sagt der König, aber richtig geflickt hast du ihn immer noch nicht. Auch heute Morgen hat es geregnet. Auch der Schneider geht. Ein armer Bauer tritt ein, ein Maß unter dem Arm. Und was willst du? fragt der König. Ihr schuldet mir ein Maß Gold. Ich bin gekommen, um es zu holen. Ein Maß Gold? Der König wundert sich. Du lügst. Ich bin dir kein Gold schuldig. Wenn ich lüge, dann gebt mir die Hälfte eures Königreiches. Nein, nein, es ist wirklich wahr, was du sagst, ändert der König sein Wort. Aber wenn ich die Wahrheit sage, dann gebt mir das Maß Gold. Ich habe aus einem Buch armenische Märchen ein Märchen vorgelesen. Die Märchen hat Hovanez Tumanyan geschrieben. Er ist ein bedeutender Nationaldichter Armeniens. Und das Buch wurde im Hager Verlag in Österreich veröffentlicht. Hovanez Tumanyan ist 1869 geboren und 1923 gestorben. Er hat Gedichte, Erzählungen und Märchen geschrieben, aber auch Gedichte von Goethe und Heine ins Armenische übertragen. Untertitelung aufgrund der casos übergel Vaihez Tumanyan Vielen Dank.